Heute schauen wir uns mal an, was sich hinter den mysteriösen Packungen verbirgt, die an so einem Klettersteigset dranhängen. Dafür zerlegen wir ein Klettersteigset in Gänze und schauen, wie das Klettersteigset eigentlich wirklich funktioniert und warum zwei Bandschlingen eben nicht einfach reichen. Die Klettersteigset sind ja schon was Witziges. Sie sind so ein kleines Tool und so viel leichter als Seil- und Sicherungsgerät und Co. Man kommt also viel einfacher durchs Felsgelände und braucht dafür nicht mal einen Seilpartner oder ähnliches. Aber es gibt eben die Frage nach der Sicherheit. Im letzten Video, letzten Dienstag, habe ich euch ja bereits erklärt, dass das mit der Sicherheit ja so ein Thema ist. Man sollte nicht zu nah hintereinander gehen, weil es sonst im Sturzfall zum Domino-Effekt kommen kann. Darüber müssen wir an anderer Stelle nochmal etwas konkreter sprechen. Heute aber schauen wir uns den Aspekt des Bandfalldämpfers an und wie der eigentlich so funktioniert. Das Kernstück eines jeden Klettersteigsets sind auf der einen Seite die beiden Y-Arme, die dafür sorgen, dass man elastisch am Klettersteig die Sicherungen umhängen kann. So kann man die Distanz zum Seil verändern und trotzdem noch sicher sein. Das ist aber nicht der einzige Grund, aus dem die beiden Arme elastisch sind. Der viel wichtigere Grund ist, dass die beiden Arme im Sturzfall sehr viel Energie auffangen können. Viel mehr eben, wenn sie elastisch sind. Physikalisch ist das jetzt nicht zu 100% korrekt, aber zumindest verständlich ausgedrückt. Tatsächlich ist es so, dass statische Stoffe oder sagen wir statischere Stoffe viel einfacher reißen, weil über einen statischen Stoff die Krafteinwirkung schlechter abgebaut werden kann, als über einen dynamischen Stoff. PS. Deshalb reißen Statikseile, wenn man reinstürzt, aber dynamische Kletterseile eben nicht. Daher muss man beim Klettersteig-Set also Dynamik mit einberechnen. Sonst ist das eben schwierig mit der Kraftübertragung. Ab einem gewissen Punkt jedoch ist die Kraft für die beiden Lastarme zu viel. Dann kommt unser berüchtigter Bandfall-Dämpfer ins Spiel. Dieses Teil, das einem angeblich das Leben retten soll, aber man weder weiß, wie das Ding aussieht, noch wie das eigentlich wirklich funktioniert. Es schwirrt da so geheimnisvoll vor sich hin und im Prinzip weiß man nix darüber. Ist ein bisschen wie mit Weihnachtsgeschenken unterm Baum. Wir wissen zwar, es gibt sie und man kriegt irgendwas, aber so richtig weiß man nicht, was es ist, bis man es dann letztlich mal aufpackt. Und genau das machen wir jetzt mal, damit wir das Geheimnis der Weihnachtsgeschenke, nein, des Klettersteig-Sets lüften können. Aber nicht irgendwie, sondern natürlich vor der schönsten Wand im Universum der Ausrüstungswand. Los geht's. Wir haben jetzt hier ein komplett handelsübliches Klettersteig-Set. Wenn wir dieses mit dem Reißverschluss hier oben mal öffnen, andere Vorrichtungen haben einen Klettverschluss, andere Vorrichtungen sind nochmal zugenäht. Es ist sehr unterschiedlich, wie diese Dinger zu öffnen und zu schließen sind. Aber in dem Fall haben wir hier einen Reißverschluss. Den Reißverschluss können wir ein Stück weit aufmachen und zur Sicherheit blockieren diese Reißverschlüsse dann am Endpunkt, damit man sie quasi nicht ganz öffnen kann. Denn ganz öffnen wäre ja schlecht, könnte ja was rausfallen, wäre das Set dann leider hinfällig. Aber genau das wollen wir jetzt mal tun. Ergo nehmen wir das Set hier mal auseinander und sehen, hier in der Mitte schlummert im Prinzip eine Schlinge, die sich immer wieder so hin und her schlingelt. Darüber ist ein Ziel, also ein Siegel, das bestätigt, dass das Ding noch nie aufgemacht wurde, dass das Ding unbeschädigt ist. Wenn wir jetzt noch, denn das wollen wir ja jetzt ändern, wenn wir jetzt quasi so hier einmal mit ein bisschen sehr viel Gewalt das Teil hier rausholen, dann sehen wir, es handelt sich hier um eine ganz normale Kunstfaserschlinge, die absolut nichts mit Raketenwissenschaft zu tun hat. Und jetzt haben wir hier unser kleines Siegel und das können wir jetzt offiziell, hochoffiziell, aufreißen. Da haben wir hier so eine kleine Naht, die löst sich dann letztlich, wenn wir stürzen. Diese Naht ist, das ist ein kleiner, dünner Faden, ein dünner Garn, der reißt einfach auf, wie man hier sieht. Und dann geht hier alles auf. So, und letztlich ist das hier, der Bandfalldämpfer. Das ist alles, was es zu diesem Thema zu wissen gibt tatsächlich. Mehr Magic steckt da nicht dahinter. Jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter reinschauen und sehen hier, theoretisch könnte man hier jetzt sogar die Schlaufe durchziehen, was natürlich in der Praxis nicht der Fall ist, weil wir hängen ja dran, man kann ja hier nichts durchziehen. Aber das ist für die Installation des ganzen Bandfalldämpfers in dieser Packung relevant. Jetzt haben wir hier diesen Bandfalldämpfer und wenn wir hier jetzt mal fest anziehen, dann merken wir, da passiert aber gar nichts. Der Bandfalldämpfer hängt ja hier lose dran. Und das ist ganz wichtig, dass man beachtet, gerade bei kleinen Kindern, das passiert letztlich, wenn der Bandfalldämpfer nicht auslöst. Ergo, ich kann hier mit sehr viel Gewicht anziehen und es passiert gar nichts. Der Grund dafür liegt im Prinzip in der Fangstoß-Untergrenze, die dafür sorgt, dass wir, wenn wir unabsichtlich mal uns reinsetzen oder wenn, weiß ich nicht, ein Kind oder so was oder jemand leichteres Stück reinrutscht oder auch jemand schwereres einfach nur unachtsam ist, dass das Klettersteigset nicht auslöst. Das wäre ja verdammt ärgerlich und natürlich auch gefährlich, weil man damit nicht rechnet und vielleicht loslässt oder sonst was ist, sich erschreckt und dadurch abstürzt. Deswegen haben wir hier eine gewisse Untergrenze an Belastung, die notwendig ist, damit dieses Teil hier letztlich überhaupt aufreißt. Damit hier eine Naht aufgeht und die ganze Strecke im Prinzip dann auch unterm Strich Sinn macht. Das alleine hier bringt gar nichts. Was eigentlich passieren sollte, ist, dass wir hier in der Mitte, man sieht das hier ganz gut, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was aufgeschnitten, damit man auch die Fasern mal sieht, dass hier in der Mitte zwei Lagen von Kunstfaser zusammengenäht werden. Im Prinzip sind sie hier oben lose, damit man das auch ganz gut erkennen kann daran. Wenn es zu einem Sturz kommt, dann reißt der Bandfalldämpfer hier an dieser Stelle auf. Denn man sieht, hier geht die Zugbelastung drauf. Also natürlich wäre es in die andere Richtung, weil man ja nach unten stürzt. Hier geht die Zugbelastung auf. Das bedeutet, diese Verbindung, dieses Verbindungsstück hier würde dann letztlich aufplatzen und würde bis zu dem Punkt, an dem der Fangstoß, an dem die Kraft so niedrig ist, dass es wieder ein mehr oder weniger Stand ist, würde es aufreißen. Ergo, es ist nicht unbedingt gesagt, dass die komplette Länge des Bandfalldämpfers aufreißt. Das ist nicht gesagt. Es bedeutet im Prinzip nur, dass eine gewisse Energie vorhanden sein muss, damit der Bandfalldämpfer aufgeht und eine gewisse Energie eben nicht vorhanden sein muss, damit der Bandfalldämpfer aufhört aufzureißen. Diese Energie kann unterschiedlich sein. Denn wenn ich mit 80 Kilo, weiß ich nicht, 3 Meter bis zum eigentlichen letzten Anker stürze, dann ist die Energie natürlich viel höher, als wenn ich mit 60 Kilo einen halben Meter abstürze. Ganz klar, das kennt man auch aus dem Klettersport. Je nachdem, wie ich abstürze, je nachdem, wie viel Schlappseil ich habe und so weiter. Die Kraft ist letztlich bei den Klettersteigsets ein bisschen anders als beim Klettern, denn wir haben ja hier keine richtige Dynamik drin. Wir haben hier minimalste Dynamik. Wir haben es ja nicht wie beim Kletterseil, dass sich das dehnt und dass es darauf ankommt, wie viel Schlappseil man hat und so weiter. Da ist eine gewisse andere Mechanik dahinter, aber von der Kraft, von der physikalischen Idee dahinter, funktioniert es genau gleich. Am Ende des Bandfalldämpfers, das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, reißt die gesamte Länge auf, dann haben wir natürlich oben wieder eine statische Belastung. Also hier ist dann wirklich Schluss. Und dieses Schluss kann dann natürlich zu großen Verletzungen führen, weil wir hier in eine statische Schlinge stürzen. Das bedeutet das Gleiche, wie wenn man in ein statisches Seil stürzen würde. Das ist absolut gefährlich. Es ist absolut gefährlich für den Rücken, also für die Wirbelsäule vor allen Dingen. Für das Becken kann es sehr gefährlich sein. Es kann für innere Organe sehr gefährlich sein. Und das ist halt nicht gut. Und deswegen ist dieser Bandfalldämpfer eigentlich dafür gedacht, nur bis zu einem gewissen Punkt aufzureißen. Dieser Punkt heißt nicht, dass er nicht funktioniert. Dieser Punkt heißt nur, dass es verdammt schmerzhaft und verdammt unangenehm wird. Unterm Strich sehen aber alle Bandfalldämpfer genau so aus. Genau so, wenn das Paket offen ist, die Büchse der Pandora, die man niemals öffnen soll. Genau so sieht das Teil letztlich aus. Es ist unmöglich, dass ich jetzt hier eine Kraft simuliere, mit der ich diese Vernähungen hier irgendwie aufbekomme. Das ist vollkommen unmöglich. So viel Kraft habe ich nicht. Aber was man sagen kann ist, diese Teile reißen in dieser Form auf. Und dann gibt es eben diese Entlastung durch die Sturzlänge. Was man nicht vergessen darf, ist ganz wichtig. Diese Dinger sind mittlerweile auch teilweise etwas länger. Es gibt sie eben jetzt auch durch die neue Norm, durch die 2017er Norm in 2,20 Meter Länge. Hier haben wir es nur mit 1,20 Meter zu tun. Das bedeutet, wenn ihr ein älteres Set auspackt, werdet ihr eben so etwas kürzeres finden. Wenn ihr ein neueres Set auspackt, dann werdet ihr eine deutlich längere Schlinge finden. Der Grund dafür ist eben, dass man hier mehr Spielraum beim Empfangstoß hat, ein bisschen mehr Spielraum bei der einwirkenden Kraft. Und das wirkt sich natürlich positiv auf den Anwenderbereich aus, auf die Breite des Anwenderspektrums. Generell kann ich aber euch sagen, niemals das Klettersteig-Set öffnen, niemals das tun, was ich heute getan habe. Deswegen habe ich es für euch gemacht, damit ihr nicht auf die Idee kommt, hey, ich packe mal mein Klettersteig-Set aus. Wenn einmal das Ziegel gebrochen ist, ist es nicht mehr gewährleistet, dass das Ding funktioniert, je nachdem, was ihr damit macht. Egal, was ihr damit macht, lasst es aber in der Packung. Es ist vollkommen uninteressant, ihr seht es, es sind zwei Schlingen und das war's. Das ist der ganze technische Hokus-Pokus dahinter und im Prinzip ist es nicht wert, seine hart investierten 80 bis 120 Euro für so ein bisschen Neugier rauszuschmeißen. Insofern, jetzt habe ich es für euch gemacht und hoffentlich ist eure Neugier jetzt befriedigt. Das Wichtigste, was es bei den Klettersteig-Sets zu beachten gilt, ist folgendes. Es gibt zwei unterschiedliche Normen für Klettersteig-Sets. Eine ist die aktuelle Norm, die andere eine etwas veraltete Norm, die aber immer noch als sicher gilt und 2017 eben überarbeitet wurde. Die ursprüngliche Version der Euro-Norm für Klettersteig-Sets war die EN 9582011. Die überholte Norm heißt mittlerweile EN 9582017. Richtig smart, weil sie halt 2017 überarbeitet wurde. Jedenfalls hat sich mit dieser Norm einiges geändert. Die Klettersteig-Sets werden mittlerweile auch bei Nässe sehr anspruchsvoll überprüft. Nässe war der größte Problempunkt bei manchen Sets, da die Polyamid-Bandfalldämpfer bei kompletter Durchfeuchtung andere Sturzlast-Eigenschaften hatten als in trockenem Zustand. Daher setzen die meisten Hersteller mittlerweile auf Dynima- oder Polyester-Bandfalldämpfer. Außerdem wurden die zulässige Bremslänge von 1,2 Meter auf 2,2 Meter erhöht. Das hat den Hintergrund, dass eine schwere Person bei gleicher Bremslänge deutlich höhere Kräfte erzeugt als eine leichtere Person. Das führte jedoch auch dazu, dass das Spektrum der Anwender eines Klettersteig-Sets erweitert werden konnte. Also Personen mit 40 als auch mit 120 Kilogramm sind mittlerweile mit einem Klettersteig-Set sicher unterwegs. Das alles sind letztlich wichtige Unterschiede. Aber das Allerwichtigste ist, überprüft bei eurem Set, welche Norm erfüllt ist. Also die 2011er-Norm oder die 2017er-Norm. Großer Spoiler an dieser Stelle, wenn ihr euer Set 2015 gekauft habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der 2017er-Norm entspricht, äußerst gering. Also äußerst gering. Außer ihr habt euer Klettersteig-Set in einem DeLorean gefunden. Es wurde aber eine Zeit lang Sets mit alter Norm verkauft und ich möchte euch bitten, diese Sets nicht einfach zu entsorgen. Diese Sets erfüllen noch immer ihren Zweck. Es ist nicht wie Anfang der Nullerjahre, als echte Klettersteig-Sets erstmals massentauglich wurden. Das Wichtigste bei dem Bandfalldämpfer, um zu diesem Thema konkret wieder zurückzukommen. Das Klettersteig-Set muss nach dem Auslösen des Bandfalldämpfers unbedingt erneuert werden. Komme, was da wolle. Ihr könnt das Ding nicht einfach wieder in die Hülle stopfen und weitergehen. Deshalb ist das Siegel gebrochen und die Sollbruchstelle der Naht am Bandfalldämpfer gerissen. Weg damit und neues Set kaufen. Ein neues Set zu kaufen, tut viel weniger weh, als in ein bereits benutztes Set zu stürzen. Glaubt mir, 11 von 10 Bestattern würden euch das bestätigen. So sieht also der Bandfalldämpfer aus und so funktioniert er. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Tipps und Tricks zum Thema Klettersteige, Bergsport und Co. Schaut auch gerne mal im Alpenbackademy Shop vorbei. Alle Infos dazu hier angeblendet oder in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.